Hey Clasher, es ist soweit, die nächste Ankündigung steht an und zwar kommt der Hammer Jam. Und für alle, die jetzt keine Ahnung haben, was das Ganze ist, lasst es mich doch ganz kurz erklären. Und zwar, der Hammer Jam ist ganz einfach gesagt eine Kostenreduzierung, ein Event, das häufig vor großen Updates, der vor Rathausstufen-Updates kommt. Das heißt, in der Vergangenheit bisher gab es diese Events nur dann, wenn eine neue Rathausstufe direkt danach kam. Und nun ja, mit den bisherigen Teasern ist das auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Aber was genau macht das Event? In der Vergangenheit war es so, dass zum Beispiel Gebäude, das Mauern und natürlich auch Fallen alle jeweils halbierte Kosten haben. Ganz wichtig, das sind halbierte Kosten, nicht die Ausbauzeiten. Das heißt, vor allem ist dieses Event dafür da, um Mauern zu leveln. Das heißt, falls ihr auch so eine wunderschöne Farm-Base habt, beziehungsweise halt eben hier eine Base habt, wo ihr seht, wie fortgeschritten ihr seid, dann könnt ihr richtig schön sehen, wie viele Mauern ihr an Fortschritt hinbekommen habt. Denn in dieser Zeit solltet ihr auf jeden Fall immer einen Bauarbeiter freilassen, um Mauern durchzuprügeln. Denn die Kostenreduzierung, die hauen ordentlich rein. Wann soll das Ganze starten? Morgen soll das Ganze auf jeden Fall starten, am Montag. Also ist also schön direkt hier um die Ecke und sollte dann direkt losgehen. Des Weiteren natürlich, wenn ihr euch den Goldpass gönnt, sollten natürlich die Perks in Kombination mit den 50% zusammen harmonieren. Das heißt, die ganzen Sachen sind noch günstiger, was die Ausbaukosten angeht. Wichtig, bisher war es immer so, dass die Helden da nicht mit reingezählt haben. Leider, aber wie gesagt, vor allem zum Mauernfarmen ist dieses Event einfach unangefochten unfassbar genial. Und falls ihr natürlich jetzt euch auch noch zusätzlich Angebote kaufen solltet, die natürlich dann über die Tage und Wochen hinweg in den Shop reinflattern, könnt ihr diesen Kanal und natürlich mich sehr, sehr gerne mit dem Creator-Code Itzo unterstützen. Einfach Code Itzo eintragen, bevor ich irgendwas kaufe und unterstützen mich. Davon natürlich ein riesengroßes Dankeschön. Aber, wie bereits angeteasert, durch das Event wird etwas anderes ja mehr oder weniger schon fast bestätigt. Und da rede ich natürlich von diesem Teaser, den Supercell hier rausgehauen hat, und zwar den Rathaus 16 Teaser. Da war es ja noch so eine Vermutung, ob es jetzt Rathaus 16 ist, was schon sehr vermutlich war, oder ob es doch was anderes ist. Aber ich glaube, vor allem mit dem Hammer Jam jetzt ist das schon mehr oder weniger jetzt bestätigt. Denn, wie gesagt, Hammer Jams, also dieses Event an sich, kommt normalerweise fast immer vor neuen Rathausstufen, beziehungsweise in der Vergangenheit kam es immer vor neuen Rathausstufen. Und es hat eben als Einläutung von dieser Event, von diesem Upgrade oder Update-Phase eher gesagt, genutzt worden. Von daher können wir uns wahrscheinlich dann im Dezember auf Rathaus 16 freuen. Was ich natürlich extrem geil fand, weil natürlich, alle wird eingeschlossen, die meisten davon ausgegangen, dass wir Rathaus 16 erst im April oder Mai bekommen. Weil das war bisher die Reihenfolge von Supercell. Das heißt, Supercell hat gesagt, alle circa 18 Monate bekommen bei der neuen Rathausstufe. Und das unterbieten sie jetzt auf jeden Fall ordentlich, was natürlich extrem cool ist. Vor allem für die Leute halt, die schon relativ weit ausgebaut sind. Und die Leute, die halt eben noch hinterher hinken, könnten unter anderem jetzt eben mit dem Clash-A-Wean-Event und natürlich jetzt eben auch zum Beispiel durch Events, wie jetzt wieder das Hammer Jam, nach und nach immer mehr aufholen. Und dadurch, dass wir halt eben in letzter Zeit so viele Events und Möglichkeiten hatten für Belohnungen und so weiter und so fort, kommt man natürlich doch auch recht fix hinterher. Ja, aber vor allem sind diese Belohnungen auch für Mac-Spieler ziemlich gut geeignet, denn ich glaube, dort haben viele gegebenenfalls ein, zwei Sachen übersehen. Und das sage ich euch jetzt ganz schnell. Und zwar geht es um die Clash-Fast-Webseite, beziehungsweise die Weltmeisterschafts-Webseite. Und keine Angst, ihr müsst kein E-Sports-Fan oder was weiß ich sein. Ihr müsst theoretisch einfach nur aktiv auf der Seite sein. Und dort könnt ihr, ganz wichtig, eben während des Events Belohnungen und alles andere mögliche euch einsammeln. Was allerdings viele nicht wissen unbedingt ist, das ist richtig, diese Belohnungen sind on top auf das, was ihr eh schon habt. Normalerweise sind Belohnungen aus Herausforderungen und ähnlichem. Nun ja, die kommen nicht über das Limit hinaus. Magische Items haben ein Limit. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel nur ein Buch der Helden bei euch lagern und nicht mehr. Dieses Limit kann man normalerweise durch Angebote verschreiten. Das ist nur mit Angeboten möglich. Allerdings mit diesen Belohnungen hier ist das auch möglich. Das heißt zum Beispiel, ihr seht, für 1000 Punkte könnt ihr das Buch der Helden euch holen. Und das heißt, ihr bekommt das obendrauf. Das heißt, selbst auch für Max-Spieler sind diese Belohnungen hier etwas, was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Und was auf jeden Fall diese Belohnungen ein wenig besser macht. Denn ansonsten waren die Belohnungen eher überschaubar, sagen wir das Ganze mal so strategisch. Von daher auf jeden Fall, für alle, die es noch nicht gemacht haben, schwuppdiwupp auf die Webseite. Denn heute ist auch dann direkt das Finale der Weltmeisterschaft. Das heißt, ihr versucht noch so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um so viele magische Items und allgemeine Belohnungen einzusammeln wie möglich. Um dann am Ende für das Rathaus 16, für das mögliche Rathaus 16 Update irgendwie vorbereitet zu sein. Diese Vorbereitung schafft ihr natürlich aber eben auch, wenn ihr euch Angebote im Spiel selber kauft. Wie gesagt, Black Friday und alles mögliche war ihr jetzt. Und natürlich kommen weitere Angebote wahrscheinlich wie Supercelly-Kenn noch mit dazu. Das heißt, die Leute, die vorbereitet sein wollen, ihr könnt auf jeden Fall dort, wenn ihr möchtet, jeweils mit Coding zu gerne euch auf jeden Fall ein bisschen besser auf das Update vorbereiten. Und ansonsten, ich werde auf jeden Fall noch einige Episoden machen, denn ihr wisst ja, wir wollen diesen Account auf Max-Gem. Ja, jetzt habe ich zuerst natürlich das Ziel, bis Rathaus 15 zu kommen. Das haben wir geschafft, aber auf Rathaus 15 ist noch einiges zu tun. Ihr seht auf jeden Fall, die Helden sind auf jeden Fall dabei, hier Form anzunehmen. Aber gleichzeitig, oh mein Gott, da habe ich jetzt richtig Bammel vor. Ihr seht hier, wir sind, was das Einhorn angeht, relativ weit, aber wir müssen Frosty, Diggy, den Poison Lizard und den Phönix alles noch leveln. Denn das wird eine komplette Katastrophe, das wird ewig lange dauern. Aber ich hoffe, dass mit magischen Items und Co. das Ganze auf jeden Fall einigermaßen fix geht. Aber ihr seht, ich habe hier einiges zu tun. Das heißt, wir haben einige Accounts, die wir natürlich upgraden wollen und müssen. Und ich bin auch immer gespannt, wie weit wir kommen. Ihr seht hier, was die Verteidigung angeht. Die sind jetzt auch noch nicht an, die hat Max, das ist Level 8. Was ist Level 8 für eine Rathausstufe? Also normalerweise für Max nicht so hoch. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir einigen uns alle darauf, dass es nicht Rathaus 15 würdig ist. Von daher müssen wir das auf jeden Fall noch machen und ich bin verdammt gespannt. Denn spätestens im Januar möchte ich mit diesem Account mit der Legende pushen. Ja, ich bin gespannt, ob ich mir da auf jeden Fall, ja, irgendwie mir zu viel vorgenommen habe. Oder ob wir über den Dezember hinweg natürlich dann auf dem Account hier alles mögliche weiter farmen können. Denn der wird auf jeden Fall erstmal außerhalb der Legende bleiben, Richtung Champion, Meister, wie auch immer. Dass ich dort auch nicht farmen kann. Und vor allem natürlich jetzt mit dem Hammer Jam sollten die Mauern dann auf jeden Fall hinterher kommen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, denn das sollte richtig geil sein dafür. Und ja, lasst mich wissen, ob wir da auf jeden Fall weitere Jam- bzw. Farm-Videos von mir sehen wollen. Denn normalerweise ist er nicht so der Art des Content, den ihr auf diesem Kanal hier gewohnt seid oder eben normalerweise hier seht. Ansonsten war es an sich schon mit dem kleinen Info. Kurz zusammengefasst, Hammer Jam kommt morgen. 50% Reduzierung normalerweise für Mauern, Gebäude und dann Fallen. Und ja, und es läutet eben eine neue Radaustufe normalerweise ein. Das heißt, Radaus 16 ist schon fast confirmed, könnte man schon fast sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Clash-Video. Bleibt dran und wenn ihr nichts verpassen wollt rund um Clash of Clans, dann auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Bis morgen heute rein. Ich wünsche euch was Wunderprächtiges und natürlich Tschö Tschö.